Hallo und herzlich willkommen auf YouTube hier zu 7 Days to Die. Ja, wir spielen das Minecraft Survival Zombie Horror Game hier auf YouTube mit dem lieben Benjibis, Willi Chaillon und dem Klangkastber, die sind auch mit dabei. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Genau und ja, wir sind hier erwacht oder beziehungsweise ja, wir sind hier. Wir müssen uns erstmal finden. Achso, jetzt geht ja erstmal los. Wir müssen erstmal... Ich muss erstmal geboren werden. Ich lebe noch gar nicht. Achso, du musst erstmal geboren werden. Achso, Survival. Ich habe noch warten auf Server. Ah, jetzt. Oh, oh, ich bin schon erwachsen. Oh, das ging jetzt aber schnell. Oh, 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 du bist schon erwachsen. Alter Schwede, ist ja unfassbar. So, warte mal. Jetzt muss ich erstmal, Alter, jetzt muss ich erstmal Steine sammeln. Ich habe schon Vogelnest gefunden. Oh, ich bin auch erwachsen. Ich muss dazu sagen, wir hatten ja schon privat so ein bisschen gespielt gehabt, so ein bisschen angespielt. So ein bisschen, um reinzukommen. Aber es ist trotzdem sehr, sehr komplex. Also es ist... Was? Warum habe ich jetzt schon Leben verloren? Weswegen? Ich habe jetzt schon Leben verloren. Bist du da in deinem Kaktus gelaufen? Doch, es kann sein. Ich bin da in deinem Kaktus gelaufen. Verstehe ich nicht. Verdammt. Ich suche... Ich sehe euch ja auch nicht. Aber es ist meiner Meinung nach... Erste Mal, dass ich irgendwie hier in so einem Wüstengebiet oder sowas irgendwie spawne. Weil sonst lande ich irgendwie immer in so einem Gebiet, wo normalerweise irgendwie totale Pampa ist. Verbrannter Wald. Und ich suche jetzt gerade verzweifelt Steine. Da bin ich gerade. Ja, da spawne ich normalerweise immer, wenn ich das Spiel starte. Immer. Aber ich bin auch irgendwo bei dir in der Gegend, Sascha. Ja, das ist super. Ich versuche gerade Steine zu finden. Was ist das? Das Problem ist, hier sind... Oh, ich habe es nicht gefunden. Das Problem, hier sind kaum Steine. Holz brauche ich. Immer beim Baum fällen. Aber müssen jetzt erstmal... Achso, wir sind übrigens im Live-Let's-Play. Aua, schon mal der am Kaktus gelaufen. Scheiße, verdammt. So. Erstmal mit der blanken Faust auf das Holz schlagen. Es gibt immer gutes Holz. Immer. Das müsst ihr auch mal ausprobieren. Im Real-Life einfach mal mit der Faust auf den Baum schlagen. Da kriegt ihr Holz. Am besten ist das mal gegen den Felsen. Was? Markiert euch doch. Ja, wir sehen uns doch eh auf der Karte. Wenn ich mal hier auf die Karte schaue. Ich glaube, wir sehen uns doch eh auf der Karte, oder? Ist das nicht so? Ne, sehen wir nicht. Du musst Dings machen. Touchpad drücken und dann Verbündetenanfrage machen. Und dann kannst du die... Also, komm mal auf Anzeigen gehen. Äh, wie geht denn das? Warte mal, wie funktioniert denn das? Warte mal, da fehlt noch jemand. Einfach auf das Touchpad und dann... Siehst du dann bei... Also, bei dieser... Bei diesen Reiter oben, Verbündete. Und dann gehst du halt einfach auf das Plus. Beziehungsweise, ich hab eigentlich schon Anfragen verschickt. Plus? Also, die müssen wir... Achso, achso. Ja, aber der... Der Klangkast bei fehlt noch. Hier im Server. Wenn ich's gerade sehe. Ich hatte gerade einen CE-Fehler. Du hast einen CE-Fehler. Achso. Ich hatte gerade einen CE-Fehler. Brauchst du nochmal eine Einladung, oder? Nein, ich gucke gleich mal. Also, ich hab jetzt die Anfrage... Anzeigen, Anzeigen, Anzeigen. Müsste ich... Seh ich euch jetzt auf der Karte? Ich schau mal eben... Das ist alles so ein bisschen Neuland für uns auch, ja? Wir müssen jetzt erstmal... Also, Flexi seh ich. Ich komm jetzt mal zu dir rübergerannt. Also, ich seh euch gerade... Ach, doch, da. Da ist Benjamin. Ach, da, da, da. Okay. Mal eben kurz gucken, wo die anderen... Nein, ich hab jetzt keine Zeit gerade. Nein, jetzt nicht. Das ist jetzt... Alter, das ist immer so. Das ist immer so. Immer. Immer, wenn ich ein Display aufnehme. Das war bei Far Cry auch so. Es gibt mindestens drei bis vier Folgen bei Far Cry, wo man mir entweder die Tür klingelt oder das Telefon. Schrecklich. Schrecklich. Oh, ich hab Steine gefunden. Das ist immer so ein Glück. Ja, immer. Immer, wenn ich ein Let's Play aufnehme. Ja, das ist übrigens mein Anrufbeantworter, der im Hintergrund hört. Piep. Ja, hallo, ich zieh mal mal. Na, hallo. Bist du schon am Schlafen? Ich hab gedacht, du guckst Fußball. Ne, guck ich nicht. Ich muss jetzt gerade aufnehmen. Ich... Denne ist... Denne ist einfach... Stöpsel ich einfach das Telefon ab. Es tut mir leid. So. Ähm, ich brauch eine neue Einladung. Okay, ja, warte. Ähm... Warte mal, wie mach ich das? Achso, Option war das, genau. Äh, Freund einladen. Das ist alles für uns so ein Neuland. Also, die erste Folge wird, glaub ich, auch, äh, wie gesagt, ähm... Denk mal eine halbe Stunde oder sowas gehen. Also, über eine halbe Stunde, denk ich mal, dass ich die machen werde. So, jetzt muss ich erstmal hier so eine Steinachs craften. So. Dauert ein bisschen was. So, ich hab meine erste Axt. Yeah, survival. Dass man immer dieses... Dass man immer dieses Tutorial machen muss am Anfang. Ja. Voll bescheuert. Ich hab natürlich die Kamera so gut positioniert, dass sie natürlich genau auf den Quest-Zielen immer liegt. Das ist natürlich super. Seh ich natürlich super, was ich... Was ich tun muss. Aber ich denke mal, so ungefähr, glaub ich, äh... Vermutlich mal... Weiß ich schon, was ich... Was ich haben muss. Da lag gerade ein Stein, den nehm ich mal mit. Ich glaub, ich glaub... Du musst erst mal ein Vogelnässer finden hier. Ich glaub, das ist mein... Ich glaub, das ist grad mein Handy. Ähm... Weil jetzt versuchen sie alle, alle, alle mich zu erreichen. Äh, ist mir egal, dass sie jetzt klingeln. Ist scheißegal. Ähm... Ich wollte... Was wollte ich denn jetzt? Ich bin verwirrt, weil das Telefon klingelt. Ähm... Ja, ist super. Ist natürlich super für ne Aufnahme. Ist ja, ist mein Klingelton. Für die Leute, die fragen, was ist das? So. Äh, mal eben kurz in den Checkung. Äh, bei mir ist auch, äh, so... Was ist bei mir auch so bei der Videoaufnahme? Ja, das ist schrecklich. Das ist schrecklich. Das ist, äh, immer so. Na? Wie tue ich denn euch markieren, dass ich euch auf der Karte sehe? Touchpad drücken. Und dann mit dem Haken. Du musst da rechts... Da rechts ist da, glaub ich, so ein Haken. Bei Verbündete. Da muss das Plus... Plus klicken. Ich hab jetzt auch verschickt gerade. Ähm... Irgendwas wollte ich jetzt gerade gemacht haben. Ich weiß nicht mehr, was... Was wollte ich denn jetzt? Achso, ich wollte mal gucken, wie in die Klamotten... Kann ich die Klamotten jetzt craften eigentlich? Ach, geht schon. Ja, einmal... Ja, einmal... Zweimal... Zweimal... Dreimal... Viermal... Fünfmal... So. Dann ausrüsten. So, Handschuhe hab ich jetzt schon mal. Ich spiel übrigens ne Frau. Oh... So... Also, ich bin jetzt... Da... Da kommt... Da kommt gerade ein Punker an. Das ist Benjibis, glaub ich. Ich muss mir... Ich muss mir gerade ne Hose anziehen. Guck weg. Hallo, ich bin ne Frau. Guck weg. Ich muss mir ne Hose anziehen. Boah, jetzt hab ich auch immer ein Kaktus. So, warte mal. Ich muss mir noch eben hier die... Ähm... Schuhe anziehen. Aber ich muss... So. Ich kann euch gar nicht markieren. Ich... Touchpad. Touchpad und dann... Und dann verschicken mit Plus. Müsst ihr es verschicken. Bei Verbündete. Habt ihr so ein Plus und Minus. Dann müsst ihr auf Plus klicken. Mit X. Ja, ich hab hier stehen Status erhalten. Ja, dann ist richtig. Genau, jetzt ist richtig. Genau. Ja, aber... Nee, ich mein es hier bei... Bei Jerome. Ich schicke ihn jetzt einfach auch mal. Genau, ihr müsst so ein Plus schicken. Ihr müsst das Plus... Plus schicken. Mit bei Verbündete. So, warte mal. Jetzt muss ich mal gucken. Was... Was muss ich denn... Fertige Holz... Holz, Holz... Was muss ich denn... Ich... Ich bin aber überlegen, ob ich die Kamera umsetze. Aber ich seh jetzt gerade nicht, was ich machen muss. Was muss ich denn nochmal mal nach den Klamotten machen? Weiß das einer zufällig? Holz? Kann das sein? Achso, warte mal. Ich kann ja die Quests auch lesen hier im Menü, ne? Glaube ich, oder? War das nicht so? Ach, ein Knüppel muss ich jetzt erstellen. Genau, das war das ja gewesen. So. Wo habe ich denn... Ah, Holzknüppel da. Ich glaube, ich muss niesen. Wie setze ich denn einen Wegpunkt auf der Karte? Warte mal eben. Warte. Oh, ich musste so niesen. Jo. Einen W-Punkt auf der Karte setzen. Warte mal. Audio. Die Augen. Ja, ja, die Augen. Weißt du, weißt du, was, weißt du, was auch geil ist? Das ist geil. Oh mein. Ich bin der Terminator. Ich bin der Terminator. Kannst du doch noch schlagen, währenddessen du es so machst. Warte. Es sieht so aus. Mach das mal. Warte, warte, warte. Mach das mal. Warte, nochmal. Warte. Ja, schaut witzig aus. Mach das mal doof. Mach das mal doof. Sieht so aus, ob du auf Dope bist. Also eh jetzt halt... So, warte mal. Wegpunkt machen auf der Karte ist, ähm... Vierk drücken, Karte auswählen und dann unten links kannst du... Ne, Quatsch. Du musst einfach auf der Karte mit deinem Cursor... Äh... Wie war denn das nochmal? Dreieck drücken. Und dann kannst du auswählen, Wegpunkt speichern oder schnellen Wegpunkt. Ah, da, ja. Alles klar. Genau. So. So, ich flanke, ich muss jetzt noch hier die Verbündeten-Anfrage annehmen. Genau. Na, wo... Wo nehme ich denn das an? Touchpad. Drücken. Hab ich. Und dann rechts bei Verbündete. Die Spalte mit den Verbündeten. Da musst du aufs Plus klicken. Mit X. Bei den Namen. Bei den jeweiligen Namen. Du musst auf Plus klicken. Genau. So, ich fäll mal hier gerade mal einen Baum. Ey, geh weg. Das ist mein Baum. Geh weg. Alter. Oh, Entschuldigung. So. Alter, da steht schon jemand. Ich muss erst mal den Fluss entlang laufen hier. Da hab ich bestimmt fünf Tage im Sicht da bin. Na, ich bin gerade hier so ein bisschen... Dings... Farmt wenigstens schon mal ein bisschen. Warte, damit ihr schon mal ein bisschen was habt. Ah, Zombie. Ja, ich seh's gerade. Ich bin gerade hier den Stein am abmelzen. Felsen. Alter, ist der... Oh Gott, ich hab schon noch keine Steinachs mehr. Ich muss mal wieder eine neue craften. Ich brauche Vogelfedern. Warte, ich muss mir mal eben Favoriten hier erstellen. Favoriten festlegen. Favoriten festlegen. Ich verblute. Ja, ich verblute. Ähm, Federn gesammelt. Da, la, 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 la. Okay. Eine Steinachs. Ich muss noch eben die Steinachs irgendwie... Favorit festlegen. Steinschaufel. Oh, Alter, wie viel bringst du denn mit? Fünf. Ciao. So, ich hab'n Bogen gecraftet. Jetzt muss ich mal eben kurz... Achso, ein Holzraben. Ah, du bist gelähmt. Nein, 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 weg. Brauchst du... Ah, stimmt. Warte mal, ich muss jetzt mal ein Holzraben hier erstellen. Ich muss mal eben meine Favoriten hier erstellen. So, warte mal. Ähm. Nein, ich find kein Vogelnest. Kann ich noch verabschuchen, wenn ich möchte. Hä, wieso kann ich kein Rahmen... Ach, mir fehlt... Ach, hä, wieso fehlt mir... Nein, ich mach... Wieso stell dich denn Eisen her? Ich bin so hohl. Ich will... Oh Gott. Ich will doch Holzraben erstellen. So, jetzt aber. Äh, jetzt hab ich eine Steinachst. Sehr schön. Alter, diese Geräusche. So. Die hörst du auch, wenn niemand in der Nähe ist. Ja, das ist... So. Warte mal, jetzt muss ich mal eben hier gucken, wo hab ich denn die Dinger... Da sind die Dinger. Die muss ich jetzt irgendwie... Wieso muss ich die unbedingt platzieren, diese Dinger? Das ist vollkommen hohl. So, hab ich jetzt... Hab ich jetzt hingesetzt. Äh... Achso, ich muss die noch aufwerten, ne? Dazu muss ich noch eben die... Die... Die Axt wieder auswählen. Warte mal, die hab ich hier im Menü. So. Bup, 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 bup. Sag mal, wie komm ich denn zu euch? Ist ja grausam. So. Jetzt hab ich hier irgendwie so Holz... Holzklötzigen gebaut. So. Ähm... Ein Schlafsack-Craft muss ich jetzt noch. Das ist hier. Den muss ich auch platzieren, den nehm ich auch direkt. Hast du noch Federn? Ähm... Ja, hab ich acht Stück. Brauchst du welche? Muss herkommen. Ja. Oh, das wär cool, wenn du den mir her schmeißen kannst. Ja. Ach, warte mal, ich hab hier ein Vogelnest. Hier ist doch ein Vogelnest direkt da, wo ich stehe. Ist auch direkt ein Vogelnest. Warte. Dann behalte eine. Zeig mal mal. Ach, ja, hier. Hier direkt. Ist das ein Zombie? Ist das ein Zombie? Okay, cool. Ich fahr mal noch mal ein bisschen Fasern. So, warte mal. So, das ist die... Das... Ah, ja, guck hier. Der Schlafsack ist auch fertig. Muss ich mal eben kurz hinsetzen. Dann kann ich ihn wieder abbauen. So, wieder aufnehmen. Weil das nur, um zu speichern dann quasi... Also, man spawnt auch wieder, wenn man stirbt. Pass auf, die Zombies neben dir. Pass auf. 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 Ah, nein, 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 nein. Wie weit seid ihr denn weg? Tschau. Alter. Uah. So. Das fängt ja super an. Ein bisschen mal kurz erwähnen. Auf wenigstens spawn ich diesmal im grünen. Im ländlichen. Das finde ich super. Weil sonst immer in so einem... In so einem Waldbrandgebiet. So. Was muss ich jetzt nicht machen? Lagerfeuer muss ich craften. So, warte mal. Da ist das Lagerfeuer. Das muss ich auch nochmal eben... Fertigen. Nehmen warten zwei Sekunden. So. Ah, ich hab ein Vogelnest gefunden. Sehr schön. So. Hab ich gemacht. Damit bin ich mit dem Tutorial durch. So. So, mal eben kurz auf den... Hallo Popokop. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Zum Live Let's Play von... Ja. Seven Days to Die. Jetzt schau ich mal eben auf die Karte, wo die anderen sind. Ruckel, ruckel. Ruckel, ruckel. Wo sind die anderen denn? Oh Gott. Wo sind die denn? Ach, da unten. Ja, das ist... Ach, die Richtung. Okay. Das heißt, wir müssen in... Mal eben schauen. Ja. Ich glaube, das ist richtig. Da ist Willi Chaillon. Das müsste Richtung Osten sein. Ich bewege mich mal Richtung Osten, ja? Gehe ich mal... Gehe ich mal... Äh, Spin it there, ja? Also, komme ich mal entgegen. Wo ist denn... Wo ist denn Klangkasper? Wo ist denn... Wo befindet sich denn Klangkasper gerade auf der Karte? Lass uns wenigstens schon mal finden. Hallo? Ich bin nass. Du bist nass? Was eine Information. Ich weiß auch gerade. Oh, was eine Information. Meine Freude. Wie geil. Oh mein Gott. Du bist sehr, sehr nass. So. Ja, wo ist denn Klangkasper? Das ist ja Wahnsinn. Ja, ich finde den überhaupt nicht. Ich auch nicht. Warte mal, steht da irgendwas? Sag mal. Ey, ich... Also, ich gehe jetzt gerade mal... Was ist denn hier über den See oder was? Ja, ich gehe gerade... Ich gehe dir gerade entgegen. Also, ich komme dir gerade mal entgegen. Li Chaillon, jetzt komme ich mal entgegen. Und dann suchen wir... Wenn wir da drei zusammengefunden haben, suchen wir dann Klangkasper? Ich komme... Wenn ich in eure Richtung gehe, dann ist Nordwesten, aber ich komme hier nicht weiter. Als wenn da das Meer ist. Ach so, okay. Na, da steht schon mal jemand im... Ach nee, das ist ein Kaktus. Kaktus. Kaktus, Kaktus, Kaktus. Kaktus, Kaktus, Kaktus. Was hat es noch denn die Karte? 13 Uhr haben wir, Mädels. Wir können jetzt nochmal ein paar Gräser mitnehmen. Ich schon einmal dabei bin. Habe ich den Bogen eigentlich noch im Inventar? Tatsache. Warte mal, rüste ich mal eben aus. Das brauche ich gerade nicht. Das kann ich dann packen. Kann ich den Bogen mal eben ausrüsten? Was war das? Ich habe einen Müllsack. Ja, eine Eisenschaufe gefunden. Ja, sehr schön. Sauber. Ich durchsuch gerade mal den Müll. Papier. Ja, Papier. Der Wind pfeift durch die Locust-Tür und eine Stimme ruft. Papier, Papier. Ah, jetzt schwimme ich mal da rüber. So. Super. Es wäre super, wenn vielleicht Klangkasper mal auf die Karte gucken könnte. Also vier gedrückt hat und dann auf die Map wählt. Und mal die Koordinaten durchgeben. Dann könnten wir mal ungefähr gucken, wo du bist. Warte, gleich. Ich muss bloß mal schnell hier rüber schwimmen. Schwimmen? Machst du gerade dein Seepferdchen? Ja. Man weiß es ja nicht. Ich glaube, das ist nichts für mich. Seven Days to Die, Flash and Fang Go. Okay. Willkommen zum Live-Let's Play. So. Warte mal, wo ist denn jetzt? Da schmerzt du nicht zurücklaufen. Willi Cha-Yong ist da. In die Richtung. Soll ich jetzt die ganzen Koordinaten durchgeben? Ja, die oberen da. Da Norden und Osten. Sag mal eben. Sag mal Norden erstmal. Und dann Osten. Was ist ja SW oder? Nee, oben. Du hast doch oben dieses Fadenkreuz, was dich mal bewegt mit deinem Cursor. N und E. Siehst du das? Da, wo die Fahnen... Wirst du gerade aus? Ja, da, wo die Fahne auch ist. Da ist doch so ein Fadenkreuz links da leben. Mit N und E. Da siehst du doch deine Koordinaten. Und dann geh mal mit dem Cursor auf dein... Ja, ich weiß, wo er ist. Ich habe einen Flexi-Flexi unten im Süden. Sag mal was. Sag mal, sag mal Koordinaten. Scroll mal die Karte ganz hoch mit dem rechten Stick. Also den rechten Stick nach unten drücken und dann gehst du einfach mal in den Norden und dann siehst du schon. Nach Norden? Das ist ja oben. Nicht nach unten. Äh, Süden. Quatsch. Was denn jetzt? Was denn jetzt? Sag mal Koordinaten ungefähr. Nach unten. Warte mal. Koordinaten. Äh, 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 äh. 11.000. War ich bin schon bei 11.000? Ah, jetzt hab ich... Ja, 11.083 südlich. Warte, 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 warte. Mache langsam. 11.000, was 11.000? 11.083? 11.000. Ja, so ungefähr. Und dann, und dann Süden. Und Osten? Südlich und westlich. Westlich, 8.17. Westlich? Wie kann ich jetzt... Wie kann ich... Nee, nee, ich hab jetzt... Nee, nee, ich hab jetzt nur, äh, hier mit dem, mit dem Cursor. Finde ich nicht westlich. Ach, doch, westlich. Was westlich? Wie viel? Nee, nee, SW, SW. Also die erste Zahl, 11.51 Süden und dann 802 westlich. 802? Ja, unten im Norden. Äh, im Süden. Ach. Hä? Im Norden, Süden. Versteh ich nicht. Pass auf, Flexi. Du gehst jetzt nochmal raus, dass du ganz normal das Spiel siehst und dann drückst du... So Karte, so Karte, ja. Dann drückst du auf die Karte, ne? So, genau, da bin ich bei uns. Und jetzt so wie es ist, du ziehst jetzt den rechten Analogstick nach unten, dass der Kartenausstieg gekleinert wird. Fuck. Ja, ja, hab ich, hab ich. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Und dann gehst du mal so, so zweimal ungefähr nach runter und dann siehst du dann schon nichts. Eins. Dann kannst du... Zwei. Nee, sehe ich nicht. Und na, dann geh noch mal ein Stück weiter nach links rüber. Habe ich. Gar nichts. Hä? Nichts. Nichts. Ich sehe ihn nicht. Also, ich sehe ihn. Hat er dich überhaupt schon als Verbündet angenommen oder irgendwas? Doch, jetzt, ah, jetzt, ah, jetzt. Oh Gott, um Gottes Willen, wo bist du denn? Oh, um Gottes Willen. Oh, um Gottes Willen. Also, ich würde sagen, äh, wir, ich würde sagen, wir treffen uns beim Willi, weil, äh, äh, der ist so, sagen wir mal, ziemlich mittig. Ja. Oder der, oder der Willi. Der ist ja ziemlich im Süden. Geh mal Richtung Süden und dann schauen wir mal. Ich geh schon Richtung Süden. Ich war doch im Norden, hä? Ich bin jetzt an der Straße. Hallo Patrick, willkommen zum Live-Let's Play von Seven Days to Die. Hä? Also, ich stehe... Moment. Ja, ich bewege mich mal in Richtung Süden. Das müsste eigentlich passen. Alter, die sind überall Kakteen. Oh, warte mal. Gerade an. Müll erstmal durchsuchen. 290 N1113 E stehe ich. Ja, dich sehe, dich sehe ich auf der Karte. Kleinkartfall habe ich jetzt auch gerade. Er ist ziemlich weiter weg von dir. Aber wir gehen jetzt mal in deine Richtung. So. Aua, ich bin schon mal durch den Kaktus gerannt. Alter, das ist so mies. Das gibt's gar nicht. Ich bin ja noch nie in der Wüste. Ich auch nicht. Erstmal. Weil hier müsste, glaube ich, auch die Dings geben. Hier müsste, glaube ich, auch die Höhle geben. Wenn ich das richtig gesehen habe auf der Karte. Oh, hier sind weh ich. Warte mal, ich schaue nochmal auf der Karte eben. Ja, wir gehen richtig. Auf jeden Fall Richtung Süden. Ah, wie cool das ist. Ich laufe einfach zum Willi. Ich habe das heute übrigens im Splitscreen mal getestet. Über Shareplay. Es funktioniert sogar. Es ist voll geil im Splitscreen. Das ist total mega. Habe ich mit dem, habe ich mit Darkplanton gespielt heute. Da sammelt er einfach mal die Blümchen unterwegs ein. Ist ja unglaublich. Einfach mal die gelben Blümchen. Oh, da ist ein Zombie rechts. Warte, ich mache mit. Warte. Hast du auf den geschossen? Nö. Lass mal mit dem Pfeil und Bogen ausprobieren. Warte mal. Ah, ich sehe da euch hinten kommen. Okay. Ich schieße auch noch, ich schieße auch noch vorbei. Ah, jetzt. Ah, Mist. Und der eine Pfeil hat nur gesessen. Hier ist eine Maispflanze mitten in der Wüste. Toll. Da vorne sind doch mal welche. Was ist denn da los? Maispflanze? Wo Maispflanze? Ach, die hier die großen? Toll. Nimm dir erst mal weg. Die nächsten sind meine. Wir sehen. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Äh, ja. Steht da auch vor dem Meer, ja? Ja, hier ist Meer, Meer. Ein bisschen mehr. Jetzt ist natürlich die Frage, wie weit geht jetzt hier der Strand? Bis wohin? Das heißt, scheiße. Also geht einfach Richtung weiter Süden. Weil nach Norden ist keine Möglichkeit. Nach Süden? Weil ich war schon... Ja, Süden sind wir gerade gegangen. Wenn, dann müsste man nach Westen gehen. Nein, ich meine den Strand richtigen südlich. Ja, dann gehen wir mal hier so. Weil am Norden die Spitze war ich schon irgendwie. Boah, ich gucke jetzt gerade mal, wo wir ungefähr sind, ey. Alter Schwede. Das ist aber auch mal Puh. Äh. Äh, bitte was? Die ist ja gar nicht so groß. Nein. Nein, ist sie nicht. Überhaupt nicht. Allein schon eine ganze Stunde, um zu finden. Und ich schlafe immer noch alleine hier. Ja. Ich finde euch jetzt nicht mal mehr auf der Karte. Ja. Meine Tante. Wieso liegen hier eigentlich mitten in der Pampa Müllsäcke rum? Wer macht denn sowas? Ich verstehe das nicht. Müllerfuhr kommt, das sind schon mal vorbei. Es war ja gut. Ja, die Straße ist ja hier auch, äh, schon wieder so ein Dem. Schon wieder ein Kaktus. Es gibt's gar nicht, Alter. Ah, ich kann nicht. Ah. Mein kleiner grüner Kaktus. Christoph Kolumbus. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Halli, halli, halli. Boah, wie ich mit Kaffee wohnen. Erflexi, so groß ist das Seefall gar nicht, ne? Ich bin jetzt mal weitergelaufen, also links rum. Okay. Ja, wir versuchen rechts rumzulaufen. Ob das noch eine gute Idee ist? In welche Richtung muss ich in den Luft? Oh, da bist du drüber geschwommen. Ja, ich bin halt weitergelaufen, wo wir gerade waren. Also, ich komm euch irgendwie entgegen. Äh, Jerome, du musst... Direkt der Straße lang. Warte. Jerome, du musst... Äh, oh Gott, wo bist denn du jetzt? Oh Gott. Da, warte mal. Äh, dreh dich mal da links etwas. So? Ne, links, links. Da, genau. Jetzt in die Richtung, wo du... Ne, ein bisschen rechts. Ah. Ja, in die Richtung, wo du jetzt guckst. In die Richtung musst du gehen. Hm? Dann guckst du oben auf deinen Kompass, dann siehst du, wo lang du musst. Weiß ja nicht, was steht? Westen oder was? Oder Nordwesten? Weiß ich ja nicht. Ne. Genau, dann ist es, äh, äh, Nordosten. Musst Richtung Nordosten gehen. In die Richtung. Ich komm euch jetzt dann entgegen. Allein, allein das erste Mal finden, das wird schon, das wird schon, krass. Äh, okay, der See ist auf hier im... Ich bin grad hier so irgendwie so voll bei Zombies jetzt, oh Mann. Oh Gott, wie soll ich denn da rüberkommen? Da ist ja alles Wasser. Warte mal, ich schwimm mal da rüber. Du bist nass. Ich weiß nicht. Ja, aber mir... Ah, ich bin das. Ich bin das. So 96 Prozent. Ist das ne gute Idee, da rüber zu schwimmen? Gibt's nicht im Wasser auch Tiere, die angreifen? Nö, also nicht, dass ich wüsste. Oh, süß. Oh, wie schön die Unterwasserwelt. Es ist ja genauso schön wie bei GTA. So, ich geh jetzt mal Richtung Bendy. Die ist ja richtig lebensfroh, die Unterwasserwelt. Ja, nee, 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 geh nicht Richtung hier, weil... Oh, scheiße, ich bin fast gestorben. Ähm, okay. Ja, nee, weil da ist das ungefähr die Richtung, ungefähr. Das ist auch ein riesiges... Beispiel irgendwo, fast zwischen euch. Also ganz ehrlich, die Zuschauer bei YouTube, die denken jetzt auch, alter, boah, wie langweilig, nur Wasser zu sehen jetzt in der ersten Folge, ist es ja gut, ne? So, ähm... Die Map ist gar nicht so groß. Nein. Glaub ich bin ein Zombie, fast in die Arme. Das liegt am Spiel, oder? Das ist für mich eigentlich nicht so gut. Das liegt am Spiel, glaube ich. Ja. Ey, sag mal, Willi, bist du drüben? Ist das Festland, wo du gerade bist? Ja, ich seh schon Land. Also ich seh Land bei ihm. Ist nicht weit. Sail Away, Dream Your Dream. Ne ganz große Biermarke. Na gut, ich mein, wenn es beim Willi Land ist, dann schwimm ich noch mal rüber. Mann, blöder Zombie, hat er mich ja riecht hier. Ich komme. Komm, ich darf auf die Karte gucken. Survival. Survival. Und ich schwimme immer noch. Survival. Und ich schwimm, schwimm, schwimm zu dir rüber. Und ich bin, bin, bin. Gleich bei dir drüben. Oh, ein Schwein. Ein Schwein? Was, wo? So, da habe ich jetzt. Ja, ein Schwein. Hier, das schwimmt vor mir durch die Gegend. Ich habe aber Jerome noch nicht gesehen. Entschuldigung. Der war gemein, ich weiß. Also, ich bin mal schön die Küste weiter entfernen. Ja, ich bin jetzt glaube ich schon drüben auf deine, auf deine Inselchen hier, auf deinen, auf deiner Bahamas. Bahama-Mamas. Ja, aber das ist aber ziemlich groß zu Bahamas. Ja, ich bin bei denen hier. Ich brauche irgendwo einen Anhaltspunkt, wo der näherste Punkt ist, dass ich rüberschwimmen kann. Also, ich bin jetzt. Ja, fressen ist gut. Warte mal. Ja, ich bin jetzt, ich bin jetzt gleich bei Sven. Oh, ein Schwein. Höh! Survival! Oh, ich sehe es. Ah, gut, okay. Survival! Ja, Sascha. Ja, genau. Dreh es richtig zu mir. Warte mal. Links, links. Ja, hier ist. Ich habe gerade ein Schwein geschlachtet, aber ich kriege kein... Höh, das ist unter Wasser. Man kann das unter Wasser nicht craften. Oh, ich sehe Land. Wie dumm. Ich sehe Land. Warte mal. Ich muss nicht, ich muss... Hä? Ach, da auf der Insel bist du da drüben. Ja, ich komme rum. Ich komme rum. Bei mir ist kein Holz, das sage ich euch. Ja, ich weiß, du bist auch in der Wüste. So wie wir. Ich komme nicht mal entgegen. Warte mal, Benji bist, müsste auch gleich hier in der Nähe sein, ne? Wer ist denn da drüben auf der anderen Seite? Ja. Ich bin bestimmt noch Kilometer weit weg von euch entfernt. Hä? Hier ist doch... Müsst du nicht hier irgendwo sein? Ja, da läuft Bambi. Dann müsste doch hier irgendwo... Scheiß Kaktusse, ey. Ja, die tun weh. Du musst doch hier irgendwo sein, oder nicht? Hä? Gerade von mir vorbeigehört. Da bist du! Yay! Hallo! Hallo! Yay! Yuppie! So, warte mal. Yay! Warte mal, wo ist denn... Da hinten ist doch... Guck mal, da hinten ist... Yay! Da hinten ist Benji-Biz. So, nächste... Nächste Aufgabe. Next Quest. Next Quest ist, äh... Würde ich sagen, äh... Klanghaus befinden. Richtig. So, oh Gott. Ich würde doch sagen... Du gehst... Du gehst aber in die richtige Richtung. Wo ist er dann? Ich bin noch... Ich bin an Land jetzt, oder? Ich muss mal... Ich muss mal kurz gucken. Wir müssen Richtung... Warte mal. Richtung... Südwesten. Rund Ost läuft. Ja. Südwesten. Ja. Also, los geht's. Auf geht's. Ach so, was? Das siehst du doch auf der Karte normalerweise markiert, oder? Oben. In diesen... Diesen Kompass, was wir da... Mach mal auf Moses. Siehst du solche Dreiecke? Genau, mach mal auf Moses. Ich teile das Wasser einfach mal. Also, ihr spielt ja wahrscheinlich männliche Charaktere, denke ich mal, oder? Ich bin auch Miguel. Kommt gar nicht auf die Gedanken, mich anzufassen. Ich spiele einen weiblichen Charakter. Ne. Ich bin Günther. Ich habe mich umoperieren lassen. Entschuldigung. Ich habe Bartebrüste. Es ist schon 18 Uhr hier. Ich habe Biche Bartebrüste. Steht ihr doch drauf? Ich bin schon wieder außer Puste. Ja, ich habe noch. Ich kann dir mal mithalten. Oh, hallo brennender Zombie. Okay, jetzt nicht mehr. Warum auch immer. Ja, ich hoffe, ich bin auch fast rein. Ja, ich muss mir gleich ausruhen. Ich habe gleich keinen Atem mehr. Ja, ich auch. Ich bin auch ganz langsam. Wenn Jerome immer in dieselbe Richtung geht, also in die richtige Richtung, das wäre quasi... Ey, sag mal, ist der Zombie hinter mir, oder was? Im Nordosten müsste es sein, wo Jerome lang müsste. Dann müssen wir uns entgegenkommen. Ey, ich hoffe, ich bin mal ein Kack los. Ich bin jetzt nur noch Wasser. Ich gras mal noch mal ein bisschen, so ein bisschen Gras hier ab oder Heu. Ja, ich brauche Holz, Holz, Holz. Wie von dessen? Ich bin gleich tot. Was, warum? Ich habe nur noch neun Leben. Warum? Warte, willst du irgendwas haben? Möchtest du irgendwas? Ne, ich esse mein Mais. Ihr wisst schon, dass da hinten bei euch Zombies kommen. Wer hackt da Holz? Willi, da kommen gerade Zombies bei dir. Ich habe es gesehen, aber ich muss in eine neue Axt. Guck mal, ich bin der Fackelmann. Wenn wir schon auf die Nacht zugehen, bin ich hier. Weißt du, warum mich das erinnert? Din, 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 din. Din, 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 din. Din, 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 din. Hey, grünes Land. Ich bin... Da stehen Häuser oder so. Das ist Ruinen. Was, wo? Das sind Ruinen. Ah, das ist diese Wasteland-Stadt. Wo siehst du denn? Oh, hier ist es geil. Wo siehst du denn Häuser? Hier, wo ich bin? Oh, hier ist es geil. Da können wir eine gute Phase legen. Ja, wo bist du denn? Wo seid ihr denn? Hä? Ich bin der Mann mit der Fackel. Oh, scheiße. Das sind die Haufen zu... Ah, hier sind so diese... Ah, olympische Fackelträger. Ach da. Ich bin Olymp... Ja, hier, genau. Ich bin alles hier. Ach, hier sind die Ruinen. Ich bin der olympische Fackelträger. Da sind doch keine... Da sind doch keine Gebäude. Hast du Pilze genommen im Wald? Gib zu. So, warte. Was haben wir denn? Ah, hier ist im Spind ist nichts drin. Wir müssen doch gucken, dass wir jetzt so... Da ist ein... Doch, da ist ein Haus. Was, was fehlt mir denn jetzt? Alter, was ist das denn? Es gibt übrigens auch Hotels, habe ich gelesen, ne? Auf der Karte. Ich habe an der Karte gesehen, so Übersichtskarte. Da stehen sogar Hotels drauf. Ist das eins davon? Alter, wie geil. Okay, die Erwachsenenfilme. Cool. Da gehe ich mal rein. Was? Erwachsenenfilme? Wo bist du denn?